Das geht los, da steht Text. Der Junge hat einfach so Copy-Paste, muss immer in das Textdokument gehen und es extra rauskopieren. Er muss immer hin und her switchen wegen seinem Ding. Wer, was? Ja, das ist Pika. Er muss immer hin und her switchen zu seinem Textdokument, weil er da einen Text kopiert hat. Er muss immer so einen Absatz kopieren. Berwick Obama! Was? Berwick Obama ist getroffen! Junge, warum spielt er mit? Berwick Obama spielt einfach mit. Junge, hä? Imagine, du hast diesen Minecraft-Namen und joinst auf Minecraft-Ultimate-Server. Oh, es geht los, es geht los, es geht los. Das Spiel beginnt in 40 Sekunden. Die haben es extra auf Deutsch gekodet für uns Idioten, weil wir kein Englisch können. Die haben es einfach... Hä? Wo sind wir? Nach hinten, okay. Und jetzt go. Da ist ein Chess. Ja, dann loo die. Mach die Kiste, ich nehme eine andere. Es leckt, es leckt, ich time aus. Das ist so eine Kiste hinter dem Baum, alle haben sie über. Giftpfeile, Celtics! Was ist Giftpfeile? Als ob es die gibt, Junge. Mit Sloanies. Ich habe gekotzt. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich habe gekotzt. Wo bist du? Ich habe gerade einfach in Minecraft-Ultimate gekotzt. Wer kann sich das von sich behaupten? Junge, ein Pfeil der Langsamkeit. Welcher Pfeil wird als erstes gejustert, wenn ich zwei normale habe? Ja, der Pfeil der Langsamkeit ist der erste Glaube. Warum weißt du das? Weil das die Minecraft-Logik ist. Jung, ich habe einfach jetzt schon einen Videotitel. Was denn? Du kotzt in Minecraft-Ultimate. Mein Eisbär kommt mit. Dein Eisbär? Höh? Ich habe einen Goldschwert bekommen. Krank. Warte, dann spawne ich ihn hier. Und ein Pferd. Und ein Maultier. Ich habe noch ein Pferd. Ich habe noch ein Pferd. Kommt es mir nach? Ich kann auf dir reiten? Ja, aber du kannst dich nicht bewegen, stand bei mir zumindest. Also, was auf mir? Renn. Digga, es leckt so. Hä, WTF? Digga, du bist so breit, Alter. Junge, das war die Mitte. Guck mal, wie einfach Marathon laufen für Mitte. Guck mal, wie viele Dinger da sind, WTF. Oha, Junge. Glaubst du, das hätte sich gelohnt? Safe, ne? Ja, safe. Vor allem nicht. Oh mein Gott, wie viele Killst du denn, Alter? Ja, mach dir ein Eisenschwert. Ja, lass mal weiter wegrennen vom Spawn. Und lass auf Chest-Refill warten. Der ist in 10 Sekunden. Ja, Moin. Da ist Hugo und Stegi, sind beide voll Iron und lass weg. Yo. Was? Lass weg. Halt's ab. Halt's ab. Also, wirklich, Realtalk, das wäre das... Das wäre jetzt... Was? Wer ist er? Larrycraft, Digger. Ja, Tiki sneakt. Junge, da ist irgendein Fisch. Weg. Wir müssen halt eigentlich Glück haben und einfach nur Noobs finden, ne? Ja, so wie gerade eben. Larrycraft einfach. Der sneakt aber hinterm Baum, junge King. Du hast jetzt auch eine Eisenschwerte. Fabi, Fabi, Spieler, Spieler. Weiter nach Süden. Die haben Scheißdorf. Aber er hat meinem... Die haben Scheißdorf. Ja, 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 selting, selting. Oh mein Gott, selting. Jö, jö, jö. Voll. Hat der Timolia einen Namen? Das war das Gutes. Ne, Timoth. Oh mein Gott. Timotainment. Da hinten ist noch ein Team. Oh, ist das ekelhaft. Die tragen sich, Nuhu. Ja, Scheißdorf. Und da sind Llamas. Wir brauchen die Hose, Bro. Ja, pass auf, rechts. Ja, die holen ja nicht. Okay. Ey, ich hätte Sloanisfeile. Soll ich irgendwie... Die Frage, ist es jetzt Ding an? Ich glaube, es ist nicht an. Soll ich draufhitten einfach? Da vorne ist ein OP-Team. Links. Leon. Bist du da? Ja, ich bin da. Ist cooldown on? Ist die Frage. Hab einen. Perfekt. Hast du den? Digga, es ist cooldown on. Ich glaube auch, ich glaube auch. Derbe? Du musst essen. Hab ihn. Pink. Erzendier. Junge, dauert das lange, Digga. Ich hab richtig scheiße gespielt. Scheiß auf. Da hinten ist mal einer gekommen. Hast du die Eisenhose? Ja, wir müssen weg. Hier sind viel zu spät vor uns. Hinter uns, rechts, überall Spieler weg. Ja, ich würd hier chillen einfach, oder? Bisschen patrouillieren, bub, bub. Geh mal runter von mir. Ja, ich würd Gegner handen, tatsächlich. Ich würd schon einen respawnen, mindestens. Da hinten im Dorf. Da sind zwei Teams im Dorf. Sneak mal, sneak mal, sneak. Wollen wir mal woanders hin? Sneak mal. Glaubst du, wir fighten? Könnt sein. Nee, das ist alleine der Typ. Ah ne. Das ist Hugo. Hugo und Stegel, glaube ich. Ja, Hugo und Stegel sind da. Digga, das sind vier Teams. Lass mal kurz hier einfach chillen. Also, weißt du, wir können ja clean oder so. Oh, die sind hier auf unserer Mauer. Oh oh. Gehen wir zurück. Aber das sind auch Gegner. Nee, hier ist keine mehr. Ja, lass weg. Wir könnten die jetzt von hinten rushen hier. Aber das ist halt dieses Team. Der eine hat nicht Full Iron. Ich weiß halt auch nicht. Oh, nee, lass nicht, Digga. Oh, die kommen hier hoch, Leon. Kommen die? Lass die weg. Noch im Fall? Nein. Die haben einen Eisengolimmig und das fertig, würde ich auf gar keinen Fall fallen. Leon, komm ans Wasser. Okay. Obwohl, nee, 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 da ist das, da ist 그게 eine Brücke, da können wir nicht Boot fahren? Okay. Hier. Hier? Ja, ich muss essen. Ja, lass rein, ins Boot. Ju, ich hab so Angst. Schnell, 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 schnell. Die laufen uns immer noch nach was wollen die oh mein gott selting selting da unten war ein anderste team die sind immer noch hinter uns die sind immer noch hinter uns wie die nerven die nerven richtig lass hier runter ja ja da ist dieser golem noch hinter siehst du das da unten im wasser das ist eine geheimstation glaubt du da gibt es op loot da unten ist jemand drin boah der hat kettenarmor das sind aber zwei stück nicht rein nicht ja okay ich schau doch nur der eine war nicht so stacked eigentlich aber ich weiß halt nicht da könnten wir so schnell dead sein willst du wieder ins boot da vorne da vorne wo ist da ja das waren die die im boot waren lass mal da hoch schnuppern so die haben uns safe gesehen die hören auf deinen fetten berg ja ja der eine hat kettenharnisch sollen wir drauf ja komm digga als ob er nicht brennt oh mein gott warte Junge was ist das hier die ganze ich habe sagen wir können hier nicht falten bro sind low die sind beide low ich muss essen ich komme hoch ich komme hoch ich komme hoch was ist passiert der stand der eisenkohle von denen da waren der hat mir ein bombenhit mitgegeben habe mir so bombe gedrückt aber die sind schlecht die sind schlecht ja die sind übel scheiße du hast mir lohn die waren so low bro komm 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 wir haben boot das ist unser kill ja Junge du bist gepoisoned oder so nein ich bin gespreckt dritt nein die pfeile die pfeile ich wusste dich ich wusste dich ein ein scheiß alt eine käre sind hier drin was sie holen was sie holen du hast es boot selbst boten ich habe das boot ich habe zu erzählen ich habe es doch war hin los gegen buren gehört uns nicht warte bis er hoch kommt der an der bunt war ein wo ist nämlich wusste mich die 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 meine hat zwei die okay hast du diesen netter stares hier ein stern dein scheiß eisberg bringen die saum okay wir haben ihn schon lass hier hoch guck mal jetzt drehen die laufen nicht mehr nach nein die haben uns gespott da ist noch ein team da ist dieser fruit berries ja lass sie mal aufeinander locken so die team safe wir sind down raus 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 warum raus raus jetzt warum Junge die stehen da auf ihren Pferden die kommen doch jetzt über die Brücke guck da hinten wir guck die haben das andere team gespottet und er dreht um er dreht actually nicht um wir werden nur sterben digger mann ich soll uns in ruhe lassen fuck digger lass uns hier weiter schwimmen irgendwo können wir hier weiter schwimmen oh my god oh my god was machst du doll aussteigen sneaken sneaken da vorne da vorne auf dem Pferd wo denn wo bist du ich bin unten ich bin oben was wo oben digger ich komm runter ich bin auf der Turmauer ja ich bin ich seh dich wo sind die denn die sind hinter dir achso ja komm runter ins boot komm runter aber wir können die actually fighten ne aber wie sagt ein weißer Mantel das ist keine deutschen hier die wollen uns glaube ich nicht ne ich stehe hier hat mir msg geschrieben was hat er geschrieben joe sag doch was er geschrieben hat äh wait und kommt zurück ich hab morgen ks geschrieben er hat geschrieben hab was lass aufsteigen aber wir dürfen nicht team nehm hier ist Brot nehm hier ist Brot nehm hier ist Brot oh mein Gott oh mein Gott hä ist es erlaubt keine Ahnung lass liegen lass liegen lass liegen lass liegen lass liegen lass liegen und lass wegrennen ja ok renn weg renn weg renn weg du hast es mitgenommen ich weiß sofort wieder hin nein warte 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 ja ok ich geb zurück hier willst du echt wir sind weg ja wenn wir jetzt gewinnen dann sind wir halt weg ok Digga ist mir egal Junge wenn wir gewinnen dann klippt irgendjemand das hier und sagt Juh Dicke Juh Dicke das war Gruff Divin ja was heißt gewinnen wir Brot du war voll der Encharted der Junge mhm da vorne ganze Zoo mit Encharted-Dierschwert ins Meer ins Meer ins Meer Digga wir sind die größten Pussys der Welt ne wir fighten nur so Opfer mit Lederrüstung ey die kommt die kommt ja 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 komm mit hallo drück doch rechts klick das ist so schwer doch ich mach so ah Hilfe Hilfe bitte bitte zieh das nicht rum Junge heißt Richard Richard Mill einfach machen wir wir fahren erstmal mein Papagei schreit auch schon du hast einfach ein Papagei auf seine Schulter wir können halt auch nichts machen ne ich fahr dir an die Seerosen kaputt King die Border kommt nein Digga wir sind tot Retalk nein sind wir nicht die chillen hier die gehen weg Idioten ich muss so pissen Digga darf ich nicht pissen ja wenn du stirbst lass mich bitte kurz ja dann geh ich mach raus ich geh auch Leonards Bild Partikel ihr seht es alle er cheatet Ugo ist tot Ugo ist gestorben und Ugo wurde wiederbelebt Ugo ist gestorben und Ugo wurde direkt wieder wiederbelebt Ugo ist gestorben und Ugo wurde direkt wieder wiederbelebt das ist Hanna X Rose die ist gar nicht mal so gut ne glaube ich Junge die haben 3 Eisengolems Eger halbe Battle ist dir leer gekauft alter die fighten da auch nicht Junge Pferde im Endgame wir haben kein Pferd ne alle haben Pferde außer wir das sind ne das sind Fisch was ey wir brauchen ein Pferd Bre Junge jeder hat ein Pferd außer wir Idioten wir haben so ein scheiß Boot Boot actually more amazing das ist Richard schnell weg von Richard Mill bevor der Postbote kommt haben wir da Pilze komm aber immer in Ernährung vom Wasser bleiben das haben sie richtig gesagt ja ja und sprint mal auch nicht Junge meine Trophie da vorne hab ich grad nicht ey wo 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 oh die haben direkt ab ja ja ok und jetzt wollen wir da hin die kriegen wir nicht warum die rennen die rennen die rennen ja ich dachte der hat ein Pferd ne die räumen auf mich zu wir kriegen den wir kriegen den wir kriegen den es leckt bei mir brutal digga ich will den anzünden scheiße das ist so geil das ist so geil oh mein Gott oh mein Gott booste dich doch nicht feuerwerk ich bin auf dir drauf ich muss essen ne kann ich nicht boosten die spekulieren hier rüber zu kommen die wollen so clean hier die haben das gesehen jetzt alle ja die rot die rot ist so skraft ich kriege ihn nice er ist tot king was nice king das ist noch mal ein anderes team warte ich loote lass den Stern looten ja ok nehm den Stern mit warte hier ist noch entscheidete stuff weg die haben kein boot die sind tot die sind tot leon die sind nicht tot komm steck ein ich bin drin lass auf die ohne armor ja pass auf der typ ist hat guten stuff die slow hat der match nochmal rot ich sterbe ich sterbe ich bin auch bisschen low ja lass weg lass weg oder boing ja lass weg lass weg ich hab fünf herzen du ja ja lass weg die looten lass die looten der Stern der Stern der Stern der Stern komm jungen hop 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 oh da vorne whiz 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 habu rein komm die oder wie komm die rein weg da vorne dieser goldspieler goldhelmspieler aufsteigen aufsteigen der ist auf seinem scheiß Pferd man ach junge den kriegen wir nicht da hinten ist jemand ohne Rüstung bro was machen die keine ahnung lass den holen der ist eingekestelt von uns rechts ist Wasser nein kill das Pferd kill das Pferd nein es ging nicht kommt noch ein Schuss habs nice 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 lass ich nicht droppen es leckt so hart ich krieg damage schon keine ahnung was lauf mal nicht vor mein Pfeil du bist gleich los ich bin vergesst ich bin tot hab dich ich bin low bro bist du low ja ich sterbe ich hab wieder 6 von was bin ich gestorben nimm mein portal nimm das portal wiederbelebt mich ich kann nicht ich bin tot Digga es hat voll gelenkt wodurch bin ich gestorben wodurch bin ich gestorben guck den Clip an come on es ist so viel nicer wenn du NA spießt man merkt das günstig guck mal sowas kann ich nicht machen ok hier ist der Pferd zurück 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 kill ab du hast es geschafft ich glaube dir ja die Katze hat mich getötet oitoit hau nice nice yes yes come on wow er schreibt mir ins Ohr ja die Katze hat mich getötet WTF brauch kurz ne Hauszeit